Hallo und herzlich willkommen zu My 70s to Die. Jetzt erstmal erst und nachher zurück. Ich wünsche euch mal viel Spaß mit der Folge. Ach, dann. Ach, dann. Ach, dann wenigstens mal die 100. Ach, 12 oder 22, weiß ich jetzt nicht genau. So. Ich gehe mal ein Stückchen weiter. Ich gehe mal ein Stückchen. Ich gehe mal ein Stückchen. Ich gehe mal ein Stückchen. 30. Ich gehe mal ein Stückchen. 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 31 31 32 33 34 35 40 40 41 41 42 42 42 43 44 45 45 42 45 45 46 48 50 52 51 53 Das war's für heute. 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 So, wie viel haben wir? 39. Wir proben heute was. Das war's für heute. Okay, wo ist mein Auto? So, da definitiv nicht. Oh, da geht's mal raus. So, da geht's. 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 Oh 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 Mm-hmm Oh Shit Nicht noch einmal der So So Ich nehme mal der grüne Kasperl hinter mir Oh Oh Okay All right And 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 So So Wir haben da noch was So 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 Oh So Oh, 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 oh. So, 124, 149, das schaut schon wieder besser aus, einmal was essen und jetzt nochmal schnell rein. Wir haben nicht mehr lange. Das Rezept lernen reicht nicht. Okay. 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 Ah meinst ich. Ich denke so. So, kommt davon, wenn man die falsche Taste drückt. So, kommt davon, wenn man die falsche Taste drückt. So, kommt davon, wenn man die falsche Taste drückt. So, kommt davon, wenn man die falsche Taste drückt. So, scheint wir haben hier alles entfernt. So, kommt davon, wenn man die falsche Taste drückt. So, kommt davon, wenn man die falsche Taste drückt. So, kommt davon, wenn man die falsche Taste drückt. doch was Geht an Nachdem wir hier alle Fässer benichtet haben, kann man gemütlich weiter gucken. Ok, da ist ein Fass in der Nähe. Gut, schade. Gut, bringen wir es heim, würde ich sagen. Warum haben wir es ein 91? Ja, einer müsste ich auf jeden Fall ausgehen. Ob sich mehr ausgeht, weiß ich noch nicht. Wir haben ein bisschen Titan mitgebracht. 13.000. Da ist ein bisschen was. Lassen Autos so stehen hier. Uh-huh. Oh. 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 s Einfach so drauf und das ist nicht okay. So. alles gut rein mit uns 114 james ist es genau zu wenig für zwei aber für eins reicht schon mal warte nanti verkaufen wir gleich Okay. Chup, chup, chup. Chup, chup, chup. Chup, chup, chup. Oah. Uh. Oops. Okay. Sorry, fia. und wieder daran das kommt zu diversas Moment so, Stahl und Stahl mehr sind sehr gut so, wo schmelzen die Titanen ein? ich würde was zeigen hier nein ups warten wir mal rein und dann können wir mal schauen, was wir damit herstellen können so was fehlt denn da schon wieder? wir haben wir haben wir haben ein paar Schuss davon Stahlboxen also wie viele gehen sich davon aus? 28 auch 28 nehmen wir mal die normalen können wir die einschmelzen können wir die auch einschmelzen? so so da kommen wir ein bisschen davon ein bisschen davon und dann geht's wieder RIP ja 61 so so verändern es doch schon so okay gut ja das passt ja so komm her dann mal die und du kriegst die zum verkaufen militärfaser amma so reparieren rian amma amma you should kiss the du w w w w w Da wird sich wieder was ausgehen am Buch. Da wird sich wieder was ausgehen. Du fällst immer in deinem Wetter runter Ja, das schaut schon mal ganz gut aus Ich kann doch hier nicht immer warten auf euch oben So, gut, aber jetzt würde ich sagen, machen wir für diese Folge wirklich Schluss Und ich muss schauen, wie ich sie teile Also, bis zum nächsten Mal Tschüss